Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. No Time MMA. Mike Tyson hat seine ehrliche Meinung zu einem potenziellen Megakampf geäußert, den er mit Roy Jones Jr. haben könnte oder einem Megatrilogie-Fight gegen Evander Holyfield, was einfach nur der Hammer wäre. Ja, die alle sind in den 50ern, diese alle drei sind alte Rivalen und es wäre einfach extrem interessant, das zu sehen, wie diese gegeneinander antreten würden. Auch in dem Alter. Man hat schon gesehen, Mike Tyson gegen Roy Jones Jr. 1 war auch in dem Alter noch interessant, obwohl man gemerkt hat, ey, die beiden gehen da nicht rein, um sich zu verletzen, sondern einfach, um sich boxerisch miteinander auszutauschen. Und ich finde, es ist immer einfach nur richtig nice, einem Mike Tyson nochmal zuzusehen, egal gegen wen er kämpft. Ihn nochmal kämpfen zu sehen, ist einfach nur eine Genugtuung für jeden Kampfsportfan. Ja, einfach eine Boxlegende wie Mike Tyson nochmal im Ring zu sehen, freut mich einfach immer wieder. Und jetzt redet der Klartext über diese Kämpfe. Darüber sprechen wir jetzt. Lasst unbedingt gerne Like und Abo da, Freunde. Wenn ihr nichts rund um Kampfsport verpassen wollt, schaut bei ESN vorbei mit dem Code NOTIME. Könnt ihr mich saftig supporten? Mike Tyson sagte in seinem Interview, Ich weiß nicht, was gerade abgeht. Ich bin ganz offen, ja, im Moment kann ich noch keine Entscheidung darüber treffen, ob ich nochmal gegen Roy Jones Jr. kämpfen will. Tyson wies aber darauf hin, dass das Gleiche für einen möglichen Showdown mit Evander Holyfield gilt. Laut Tyson muss erst mit einigen Finanzen um ihn herum gesprochen werden. Ob er dann sich dafür entscheiden sollte oder nicht, wäre eine andere Sache. Ich weiß es nicht. Ich entspanne mich gerade, sagt er. Ich habe das Kampfgeschehen gegen Roy Jones gemacht. Ich wollte das machen. Die Leute in Saudi-Arabien wollen auch, dass ich so etwas mache wie einen Kampf gegen Holyfield. Ich könnte überredet werden, gab Mike Tyson zu. Für einen Kampf gegen Holyfield könnte ich auf jeden Fall überredet werden. Ich müsste mit den Leuten reden. Wenn ich mich mit den Geldgebern weiter auseinandersetze, wird mein Verstand klarer. Ich kann mich im Moment finanziell nicht äußern, aber wenn ich diese Leute treffe, die bereit sind, das Geld in die Hand zu nehmen für diesen Fight, dann geht das Licht bei mir an. Der Schaukampf zwischen Mike Tyson und Jones im Jahr 2021 hat Berichten zufolge landesweit eine Million Pay-Per-View-Käufe eingebracht. Es versteht sich von selbst, dass Tysons Team davon ausgeht, dass ein Rückkampf gegen Jones diese Zahl erreichen oder übertreffen wird. Vor allem eine Trilogie gegen Holyfield. Was den potenziellen Holyfield-Kampf angeht, so hat Tyson berichtend zufolge ein Angebot über 25 Millionen Dollar für einen epischen Trilogie-Kampf abgelehnt. Vor diesem Hintergrund kann man mit Sicherheit sagen, dass es einer irrsinnigen Summe bedürfen würde, bevor Mike Tyson dem Ganzen noch eine Chance geben würde. Aber hey, in Saudi-Arabien wird alles möglich gemacht. Insofern glaube ich fest dran. Schreibt mir eure Meinung für ein Comeback von Mike Tyson in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time MMA.